Hashtag Drecksure. Cybermobbing macht Frauen im Netz mehr und mehr mundtot. Warum Cybermobbing auch ein großes Problem für uns Musikerinnen darstellt, werde ich in dieser Podcast-Folge erörtern. Bebop-Mädchen. Der Podcast, der MusikerInnen bewegt. Mit Themen rund um die Karriere und allem, was dazugehört. Gewürzt mit einer Prise Feminismus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von Bebop-Mädchen. Ich habe jüngst eine Dokumentation von Arte gesehen und die hieß Drecksure beziehungsweise Hashtag Drecksure. Und da ging es um Cybermobbing und diese Dokumentation hat mich sehr bewegt, sodass ich darüber gerne eine Podcast-Folge machen wollte. Cybermobbing löst Stress, Angst und Panik bei den Betroffenen aus. Natürlich kommt es immer darauf an, wie stark dieses Cybermobbing ist oder in welche Richtung es geht. Aber oft kommt es zur Androhung von Vergewaltigung, Gewalt oder teilweise auch zu Morddrohungen. Und tatsächlich ist es so, dass dieses Cybermobbing oder dieser Hass im Netz oder diese Hasskommentare viel öfter Frauen betrifft, als dass es Männer betrifft. Und in der Dokumentation wurde zum Beispiel auch erwähnt, dass 41 Prozent der Frauen Angst um ihr Leben nach einer Gewalterfahrung im Netz hatten. Und das Cybermobbing, was aus Begriffen, unschönen Begriffen wie Vergewaltigung und Gewalt besteht, führt oft dazu, dass die Frauen entweder ihren Job verlieren, weil sie nicht mehr tragbar vom Arbeitgeber sind, und dass sie ihren Job selbst manchmal auch kündigen, weil sie diesen Druck einfach nicht aushalten. Und das Schlimme an diesem Cybermobbing ist, dass Mann beziehungsweise Frau dem noch relativ hilflos gegenübersteht, weil es diesbezüglich keine Gesetzgebung gibt. Also es gibt natürlich Gesetze und man darf natürlich nicht alles in dieser Gesellschaft, aber gerade so diese mediale Welt, diese Formate wie Instagram, Facebook, Twitter unterliegen diesen Gesetzgebungen noch nicht. Und das ist auch das Gefährliche am Cybermobbing, beziehungsweise das Schlimme, weil man versucht, Mann, Cybermobbing üben natürlich Männer und Frauen aus, aber es geht, wie gesagt, viel häufiger gegen Frauen als gegen Männer. Und in dieser Dokumentation wurde zum Beispiel auch Renate Künast erwähnt, die sehr viele Hasskommentare erhalten hat. Und sie ist zu Gerichten gegangen, zu Staatsanwälten, zur Polizei, sie hat Anzeige erhoben. Und das Problem wurde einfach nicht gesehen, weil gesagt wurde, dass es ja im Prinzip einfach nur eine Meinungsäußerung gegen eine Politikerin ist. Und so ist es leider relativ häufig, dass das Ganze betitelt wird als, es ist ja eine freie Meinung und man kann ja seine Meinung sozusagen frei im Netz kundtun. Und wenn jemand im Netz etwas sagt, dann muss er damit rechnen, dass es eine Meinung dazu gibt, was ja per se auch total okay ist. Es ist aber die Frage, ob es eine freie Meinungsäußerung ist, wenn einer Frau eine Vergewaltigung angedroht wird, wenn genau beschrieben wird, wie diese Vergewaltigung dieser Frau aussehen wird, oder wenn es Morddrohungen gibt. Meiner Meinung nach geht das über eine freie Meinungsäußerung sehr stark hinaus. Und ich finde nicht, dass die Meinungsfreiheit Hassbotschaften legitimieren sollte. Es ist ja auch so, dass wenn man so eine Hassbotschaft oder so ein Cybermobbing mal einem Linguisten gibt und der mal drüber schaut, dass der natürlich in der Wortwahl sieht, dass es eindeutig eine Beleidigung enthält. Oder dass es Gewalt ist. Und daher finde ich, dass es über eine freie Meinungsäußerung deutlich drüber hinausgeht. Und ein großes Problem ist, dass die Plattformen wie Facebook und Instagram natürlich auch mit den Hasskommentaren sehr viel Geld verdienen können, weil die Hasskommentare die Menschen dazu bringen, lange auf diesen Plattformen zu bleiben. Und das bringt natürlich Geld. Und dann haben die sozialen Netzwerke natürlich auch überhaupt kein Interesse daran, dieses Cybermobbing zu unterbinden. Und umso mehr Aufmerksamkeit eine Einzelperson durch Cybermobbing erreicht, umso größer wird manchmal auch diese Fangemeinde und umso größer wird auch die Popularität dieser Personen. Das geht nur bis zu einem gewissen Grade. Das kann man nicht bis ins Endlose dehnen. Aber man kann an Popularität auch durch Hasskommentare wachsen. Und das ist natürlich ein weiterer sehr gefährlicher Punkt, was Cybermobbing angeht, weil nicht nur der Aspekt an Cybermobbing sozusagen attraktiv ist, dass man andere Menschen schädigen kann, dass man andere Menschen aus dem Netz drängen kann. Sogar, es kommt noch dazu, dass man selbst an Popularität einfach steigen kann oder dass die Popularität von einem selber steigen kann. Und die Betreiber, wie zum Beispiel Facebook, sagen dann zum Beispiel, dass es undemokratisch wäre, die Inhalte zu kontrollieren. Und die Betreiber stellen ja sozusagen nur die Technik und den Rahmen und sind nicht verantwortlich für die Inhalte. Die ziehen sich also komplett aus dieser Verantwortung raus. Und wenn sich die Justiz, die Polizei aus der Verantwortung nimmt und die Betreiber aus der Verantwortung nehmen, ist die Frage, an wen kann man sich überhaupt wenden, wenn es zu so einem Cybermobbing kommt. Und das Cybermobbing geht nicht nur gegen, ich sage mal in Anführungsstrichen, Privatpersonen, sondern es trifft mittlerweile auch zum Beispiel Journalistinnen. Und es geht so weit, dass die Journalistinnen so einen emotionalen Stress erleben, dass sie aufhören, ihre Meinung zu äußern im Internet. 32 Prozent der Frauen, die eine Gewalterfahrung im Netz erfahren haben, haben danach aufgehört, ihre Meinung dort zu äußern. Und es kann ja nicht sein, dass Frauen und Menschen im Allgemeinen, aber hauptsächlich Frauen, einfach mundtot gemacht werden, indem sie im Netz gemobbt werden. Ein Problem ist wirklich dieses Unverständnis bei der Justiz und bei der Polizei. Weil Cybermobbing gibt es noch nicht so lange. Das Netz ist jetzt nicht so neu, aber es ist noch nicht so alt und unsere Gesetzgebungen kommen teilweise aus Zeiten, wo es noch nicht mal Telefone gab. Das heißt, diese Idee unserer Gesetzgebung ist sehr, sehr alt und es muss aber zu einem Punkt kommen, meiner Meinung nach, wo das umgedacht wird. Weil ich finde, es kann nicht sein, dass Menschen, die auch ihr Geld damit verdienen, zum Beispiel Journalistinnen, das ist ihr Job, verdrängt werden, verstummt werden, unsichtbar gemacht werden von Menschen, die auf anonyme Weise einfach Hassbotschaften im Netz streuen dürfen. Und jetzt fragt sich, oder jetzt frage ich mich, was kann getan werden, wenn die Justiz zuschaut und nichts macht? Und wenn auch die Betreiber der Netzwerke nichts machen? Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel eine Art MeToo-Bewegung. Die gab es ja auch und die MeToo-Bewegung hat sehr, sehr viel verändert. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Kunst und die Musik ein Sprachrohr dieser Bewegung sein könnte. Zum Beispiel durch Texte, durch Performances, durch Filme, in denen immer wieder auf dieses Problem hingestoßen wird, könnte es zu einer Bewegung kommen, die dazu führt, dass dieses Problem des Cybermobbings geahndet wird und unterbunden wird. Und ich finde auch für uns als Musikerinnen ist das Cybermobbing auch ein riesiges Problem, denn wir als Musikerinnen sind Teil des öffentlichen Lebens und aufgrund der Corona-Situation sind wir teilweise mehr, teilweise weniger mehr aktiv geworden auf diesen Formaten wie Instagram und Facebook. Und das bedeutet, dass wir dort auch Gefahr laufen, natürlich Hate-Kommentare zu bekommen oder Cybermobbing zu erfahren. Und wir sind dem Ganzen ohne Hilfe der Justiz und ohne Hilfe der Portale natürlich genauso ausgeliefert wie Journalistinnen. Denn Musik kann auch politisch sein, wenn man an feministische Bands zum Beispiel denkt. Die Texte können total politisch sein. Daraus entsteht dann eine Mobbing-Gefahr. Und das, wenn man den Aspekt betrachtet, dass man verstummt wird oder dass man unsichtbar gemacht wird, ist dann im Prinzip auch eine Einschränkung der Kunst. Denn es werden bestimmte Bewegungen und bestimmte Meinungen einfach ausgemerzt, als gäbe es die gar nicht. Nur weil da scheinbar eine Angst dasteht, von Menschen übernommen zu werden, von Meinungen übernommen zu werden und weil es noch alte patriarchale Strukturen zum Beispiel gibt, in denen Männer sich bedroht fühlen oder einfach Angst haben, wenn es plötzlich Journalistinnen gibt oder auch Musikerinnen gibt, die plötzlich ihre Meinung äußern. Und diese Meinung ist eine Meinung, die sie nicht in diese Frauen hineininterpretieren und die diese Frauen ihrer Meinung nach gar nicht haben dürften, weil sie zum Beispiel die patriarchalen Strukturen einfach angreift. Und wenn man das weiterdenkt, ist dieses Cybermobbing und dieser Hass im Netz explizit gegen Frauen eine Form von einem Antifeminismus. Ich habe dazu auch neulich eine spannende Dokumentation, auch bei Arte gesehen, da ging es auch um den Antifeminismus und es wurde auch von einem Buch gesprochen, das von der Karolin Wiedemann ist und das heißt Zart und frei vom Sturz des Patriarchats. Und die spricht unter anderem auch an, dass dieser Queer-Feminismus, den wir momentan haben, das Patriarchat und Leute, die an das Patriarchat glauben und an diese alten Strukturen glauben, extrem herausfordert, denn dieser neue Queer-Feminismus stellt die Natürlichkeit der Binarität der Geschlechter fundamental in Frage. Das bedeutet sozusagen, diese binären Geschlechtermodelle, die für Rollenbilder dienen, die für Rollenbilder auch auf der Bühne dienen, was Musiker und Musikerinnen angeht, die werden plötzlich komplett aufgelöst und das macht natürlich vielen Menschen Angst und besonders Rechtspopulisten und Rechtsextreme nehmen dann halt auch diesen Antifeminismus als zentralen Bestand ihrer Ideologie und das geht dann wieder Hand in Hand mit Rassismus und Antisemitismus. Und es ist schon ganz absurd, was so im Netz da einfach rumschwirrt. Da wurde zum Beispiel auch in der Dokumentation gesagt, dass rechte Kräfte den Feminismus, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, als Verschwörung bezeichnen, bei der sich muslimische, jüdische und feministische Kräfte zusammenschließen, um den westlichen weißen Mann zu übernehmen. Daraus spricht meiner Meinung nach eine ziemlich, ziemlich große Angst vor dem Feminismus, eine ziemlich, ziemlich große Angst vor der Meinung von Frauen. Es gibt in manchen Ländern auch mittlerweile Bewegungen, die sagen, Frauen sollten nicht mehr wählen dürfen, weil Frauen sind sozusagen der Grund, warum es überhaupt Feminismus gibt. Und das stellt ja alles in Frage, was da ist und womit wir uns identifizieren. Und das ist total gefährlich und das sollte aufgehalten werden. Und deswegen kommt es dann zu so Sachen wie Cybermobbing und Hate-Kommentaren, weil man halt versucht, diese Frauen und teilweise auch Männer oder Queers einfach zu verstummen, indem man sie so lang psychisch belastet und ihnen so lang psychisch zusetzt, bis sie einfach sagen, ich kann nicht mehr, ich habe Angst, ich kann nicht mehr richtig schlafen, weil ich einfach Angst um mein Leben habe, weil ich Angst habe, vergewaltigt zu werden, weil ich Angst habe, mit der U-Bahn zu fahren. Und es kann doch nicht sein, dass wir die Meinung auf die Art und Weise so stark einschränken und dass dann Polizei, Staatsanwälte, die Justiz das nicht ernst nimmt und Leute bei einer Anzeige einfach wegschickt und denen einfach sagt, dann macht doch einfach keine Videos oder postet einfach nicht mehr auf Instagram, dann hat das ja auch alles sozusagen ein Ende. Und damit gibt man ja diesen Menschen, die diese Hasskommentare machen und diesen Menschen, die das Cybermobbing machen, eine unheimliche Kraft und eine unheimliche Energie. Und das, finde ich, ist ganz schön gefährlich, weil meiner Meinung nach ist das einfach auch eine extreme Einschränkung und ein extremer Angriff auf unsere Demokratie. Und es braucht neue Mittel und Strategien für die Strafverfolgung und für die Gesetzgebung für das Internet. Und die gibt es bisher noch in keinem Land. Es gibt mittlerweile vereinzelte Prozesse, also es gab zum Beispiel auch einen Prozess in Frankreich, das war der erste Prozess wegen Cybermobbing in Frankreich und da hat auch eine Frau 360 Mal Anzeige gestellt und von den 360 Mal wurden sieben Menschen angeklagt und sechs verurteilt. Warum es eigentlich so wenig waren von denen, die sie letztendlich angezeigt hat, war überhaupt nicht klar. Und es wirkt einfach so, als wäre die Justiz machtlos gegen dieses Cybermobbing, machtlos gegen diese sexualisierte Gewalt, vor allem gegen Frauen. Und das ist, wie vorhin schon angeführt, für Musikerinnen sehr relevant, denn wir sind auch mittlerweile sehr viel online präsent. Wir sind eh sehr viel präsent durch unsere Bühnenaktivität, die jetzt hoffentlich immer mehr wieder zunehmen wird, wenn Corona sich so ein bisschen beruhigt hat. Ich finde es nicht so schön, wenn wir in dieser Hinsicht einfach eingeschränkt werden, indem wir eingeschüchtert werden und indem Frauen wieder mal stumm gemacht werden und unsichtbar gemacht werden, wie es schon öfter in der Geschichte passiert ist. Und es gibt da einen schönen Spruch, der ist von der Frauenbewegung der 70er Jahre und die haben gesagt, die Macht der Männer ist die Geduld der Frauen. Und wenn man das noch weiter denkt, auf das Cybermobbing bezogen, ist sozusagen die Macht, die die Menschen da am Netz haben, ist die Geduld der Gesellschaft. Denn wenn nichts dagegen getan wird, ist es wie bei der MeToo-Bewegung. Es braucht eine Bewegung, eine große Bewegung. Es braucht viele Stimmen, damit dieses Problem klar wird und damit gesehen wird, dass an diesem Problem gearbeitet werden muss. Ja, ich bin gespannt, was ihr so zu dem Thema vielleicht auch zu sagen habt. Ihr könnt immer gerne diese Folge kommentieren beziehungsweise mir auf Instagram schreiben. Habt ihr schon mal Cybermobbing erfahren oder vielleicht auch schon mal selber gemacht? Was haltet ihr davon und was denkt ihr, inwiefern Cybermobbing die Kunst- und Kulturszene extrem einschränkt? Und was denkt ihr, wie man das verändern könnte? Bräuchte es eine MeToo-Bewegung und was können wir vielleicht auch aktiv tun, damit das Problem sichtbar wird und damit Frauen nicht länger unsichtbar sind? Jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört und freue mich schon, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. See you! See you! See you! See you! Vielen Dank.